Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wir wollen Dungeon of the Endless anzocken. Ich bin nur gespannt, wie das ist. Ja, ist doch gut, Mausi, ist doch gut. Ja, ich seh dich, ich seh dich. Ja, Mausi, ist doch gut, ich seh dich doch. Ich seh dich, ich seh dich, alles okay, alles okay, so. Fortsetzen kann ich nicht, weil ich hab ja noch keine Optionen. Oh, der hört sich gut an. Controller, Lautstärke, Lautsprecher machen wir aus, dann haben wir das nämlich alles hier auf... Wieso habe ich denn hier bei Steuerung nichts? Machen wir mal ein neues Spiel. Oh, ich hoffe, jetzt endlich ein deutsches Spiel. Oder wie ist ein deutscher Untertitel, dass man weiß, was man machen muss. Oh, wieder so ein Pixel-Ding. Okay, ich nehme den Wops. Ahem. Ahem. Entschuldigung. 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 So. ach so ich kann nur ich kann mit dem hund halt oder allgemein kann ich nur sagen ja man kann auch hier mehrere aktivieren ich habe mit dem hund aber null chancen ich habe doch controller lautstärke ausgesagt und Hmm. I don't know. Also von dem Spiel bin ich komplett überfordert. Also... Also da... Hä? Jetzt mal gucken, ob wir uns hier mit dem Mopsfad bewegen können, ob wir das schlagen können oder irgendwas, wenn wir mit dem... Nee, können wir nicht. Wir haben nur Baumenü. Von den roten habe ich 26. 26. 26. 28. 28. 29. 30. 40. 29. 31. 32. 33. 30. 37. 34. 30. 33. 41. 41. So, wenn wir jetzt hier was hinbauen. Ah, hier können wir was hinbauen. Okay. Jetzt haben wir da schon was gebaut, was ich eigentlich nicht wollte, aber okay. Was ist da, damit den Kalgen wir ließen wir an. Zum Schluss. also im endeffekt im endeffekt Okay. Okay. Also mit dem normalen Charakter habe ich schon mal mehr Chancen. Also ich habe nicht genug, um neuen Helden anzuheuern. Fünf Punkte, um 30, Helden-Menü. Mist. Okay. 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 Wenn immer noch keinen Helden anheuern, ach Mann ey. Wir machen alles kaputt. Also ich denke, wenn das kaputt ist, dann bin ich auch tot. Ich kann aber jetzt keinen Helden heilen oder irgendwas. Ja. Keine Ahnung. Ich würde sagen nochmal, oh, Schlussstrich drunter. Mit dem Hund haben wir keine Chance gehabt. Mit dem haben wir Chancen gehabt. Ist auch wieder Pixelgrafik. Der eine mag, der andere mag es nicht. Ich äußere mich lieber nicht dazu. Wir gehen halt rum und nehmen Gebiete ein. Für zwischendurch ist es mal okay, aber es ist jetzt nichts, was ich jetzt playen wollen würde. Muss ich mal dazu sagen. Ich zock's nur an. Ihr bildet euch eure eigene Meinung. Ob es was für euch ist oder nicht. Ich spiel auch Spiele, die mir ja nicht gefallen. Wie FIFA habe ich ja auch schon für euch gespielt, weil ihr euch gewünscht habt. Also hierzu, naja. Also meine ehrliche Meinung ist, man muss es nicht unbedingt haben. Von den Pixelgrafikspielen gibt's auch, gibt's on mass mittlerweile. Es gibt ein paar richtig coole da mit bei, aber das ist jetzt nichts, was mich jetzt so vom Poker reißt, ehrlich gesagt. Aber ihr sollt euch eure eigene Meinung bilden. Ich hab schon viel zu viel gesagt. Ich wollte es nur anzocken für euch, damit ihr das sehen könnt. Wenn ihr dazu Fragen habt, Link in der Beschreibung. Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video oder Livestream. Twitch Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Achso. Ich schneide nix. Mach nix. Lade so hoch wie ich aufgenommen ab. Mit einer hohen Bitrate. Also das sieht bei mir genauso aus wie bei euch. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.